Wie wäre die Energieautonomie in der Schweiz lächerlich, wenn wir mit Erdöl, Gas oder auch mit nuklearen Brennstoffen unseren Energiekonsum decken möchten? Darum werde ich mich vor allem auf die elektrische Stromerzeugung besinnen. Vielleicht ein bisschen Geschichte. Wann hat das angefangen? Wo stehen wir jetzt? Es sind zwei Herren, die ganz am Anfang der Geschichte der Elektrizität maßgeblich mitgewirkt hatten. Es ist zu meinen Edison, den kennen wir mit der Glühbirne und zum anderen Westinghouse, wäre von eurer Seite auf der linken Seite der Mann mit dem Schnurrbart. Diese haben in der Öffentlichkeit einen grossen Kampf veranstaltet. War of Currents oder auch Stromkrieg würden wir heute unter Wikipedia genauere Informationen dazu finden. Es geht nicht um eine Band, es geht hier um den Entscheid, soll man Gleichstrom oder Wechselstrom benutzen. Nicht nur das. Edison hatte die Vision, dass die Energieerzeugung lokal in kleinen Zellen vonstatten geht. Und Westinghouse hatte die Idee oder die Vision, dass man den Strom weit transportieren kann und in grossen Energiefabriken produziert. Dieser Streit hatte diverse Nebenwirkungen, also Tierversuche und auch ein Produkt, das wir heute noch kennen, der elektrische Stuhl, ist aus diesem Krieg entstanden. Wir wissen, was sich durchgesetzt hat. Es sind lange Transportwege, die mit welchen Strom möglich sind. Es sind grosse Fabriken entstanden in den letzten Jahren, die uns diese Energie produzieren, mit welchen Quellen auch immer. Das lasse ich hier mal beiseite. Einfach zum Wissen, wir haben uns für diesen Weg entschieden. Was bedeutet das, dieser Weg? Hier ein kleines Zitat, das Marcel Hanke, Autor, Hausmann, uns den Helionauten der Energiegenossenschaft zugestellt hatte. Kraftwerke heissen auf Englisch Powerplans, was man auch mit Machtfabriken übersetzen könnte. Wer Energie kontrolliert, hat Macht. Grosse Machtkonzentration ist gefährlich. Das Zitat würde noch weitergehen, aber ich unterbreche jetzt hier mal. Nun mal eine kleine Frage zu euch ins Publikum. Was bedeutet Energie für euch oder was ist Elektrizität? Wie wichtig ist das? Das ist rhetorisch natürlich, weil das Podium kommt später. Ich habe es selber erlebt. Vor zwei Wochen gab es einen gepahmten Stromausfall bei uns. Ich habe es nicht mehr festgehalten und wir waren sehr überrascht. Meine Frau und ich am Küchentisch oder an unserem Esstisch. Kein Strom mehr. Also ich mit meinem Computer kein Internet mehr. Sie mit Licht am Lesen geht auch nicht mehr. Wir suchen mal die Kerzen hervor. Also was ist Energie? Es ist Licht, es ist Wärme, es sind Maschinen, die wir antreiben können. Computer, grössere, teilweise auch Fahrzeuge, wie wir sie von der SBB kennen und so weiter. Also es sind eigentlich immer Energiedienstleistungen, die wir bekommen. Jetzt gibt es eine total positive Entwicklung. Wir haben diese neuen Technologien, die uns erlauben, Strom auf jedem Dach zu erzeugen. Ähnlich wie die Vision von Edison kommen wir wieder zurück und an verschiedenen Orten können wir Strom produzieren. Vielleicht hier noch ein kleines Detail. Also die Sonne, die das ja uns ermöglicht. Zweitausendstel der Energie von der Sonne, die wir hier auf der Erde bei uns ankommen. Zweitausendstel werden in Biomasse umgewandelt. Also Bäume und Pflanzen und so weiter. Zweitausendstel. Davon bei günstigen Bedingungen entsteht Torf. Und wenn das dann noch ein paar Millionen Jahre irgendwo hinvegetiert, dann entsteht genau das, was wir heute so in unser Auto tanken oder was auch immer. Also aufgepasst. Zweitausendstel und unter günstigen Bedingungen geht es dann noch ein bisschen weiter. Also das ist die positive Botschaft. Aber, es gibt da noch ein kleines Problem. Das ganze System, das aufgebaut wurde, basiert auf den Prinzipien von Westinghouse. Also wir haben heute ein Transportnetz, das für die zentrale Energieproduktion entstanden ist. Wir haben Firmen und Businessmodelle, die für diese zentrale Organisation aufgebaut wurden. Es ist das ganze Prinzip, was hier auf der Zentralisierung der Macht. Aber vielleicht ist ja genau das unsere Chance. Weil diese Monopolstellen hier in der Schweiz, also Energielieferanten, sind so ausgerichtet und haben nicht die Möglichkeit, jetzt ihren Businessplan plötzlich zu ändern. Sie müssten eigentlich, wenn sie sinnvoll sind, jetzt auf dieses Modell wechseln. Das heisst, dezentral, das heisst an verschiedenen Orten produziert. Das heisst, prosument ich produziere und gleichzeitig kann ich auch konsumieren. Die Energiegenossenschaft Schweiz, so für ich auch heute hier ansprechbar wäre, wir suchen Genossenschaften und so weiter, probieren genau in diesen Markt einzutreten. Oder eine Lösung hier zu bieten. Es ist schwierig, sich zu organisieren, das merken wir auch hier jetzt. Es ist schwierig, dass Individuen, die ihre Energie selber produzieren, auf ihrem Dach, auch gemeinsam anderen Leuten zur Verfügung stellen können, die vielleicht kein eigenes Dach haben. Und hier will die Energiegenossenschaft Schweiz etwas bieten. Vielleicht das Schlusswort, noch die letzten, ganz als Schlusswort die letzten Sätze von Marcel Heimkis Zitat. Aber vorher noch, also es geht nicht nur um ein technologisches Potenzial, das die Erneuerbaren uns bringen. Es geht nicht nur um ein Potenzial der Nachhaltigkeit willen, sondern es ist ein enormes Potenzial, ein gesellschaftliches Potenzial, das uns die Energiewende schenkt. Wichtige Schritte sind Strom selber produzieren, Strom an Nachbarn und Freude weitergeben können. Die letzten Worte, gemäss Marcel Heimkis, das beste Gegenmittel, dezentralisieren, reduzieren und selber machen. Small is beautiful. Applaus Vielen Dank.